Norddeutscher Rundfunk 2021 Es war ihre Weltmeisterschaft. Mit Gold in der Staffel und Silber im Massenstart feierte Franziska Preuß in Finnland ihren bisher größten Erfolg. Unsere Aufsteigerin in der Kategorie Sports. Mein lieber Jens Weißflug, für Franziska Preuß gehst du ins Rennen. Bitte schön, hier laufen deine 60 Sekunden. Franziska Preuß, sie ist ein echter Shootingstar. Als Quereinsteigerin hat man ihr Talent bei einem Probetraining für Biathlon bei Fritz Fischer erkannt. Der sagte natürlich gleich, leg die nieder. Meinte natürlich, Liegen schießen, nicht was Sie denken. Fortan haben Sie Ihre Eltern ins 80 km entfernte Rupolding zum Training gefahren. Überlegen Sie doch mal bei diesen Spritpreisen. Und auch die haben sich überlegt, was sollte denn das mit diesem Probetraining. Aber kurze Zeit später, es waren nur drei Jahre, wurde sie dreifache Olympiasiegerin und Silbermedaillengewinnerin bei den Jugendspielen. Jetzt hänge ich, rufen Sie an, Franziska Preuß hat in diesem Jahr nicht nur Silber geholt, sondern auch Gold und war Weltcup-Siegerin im Massenstart. Sie ist das Talent und die Aufsteigerin des Jahres. Sensationell! Jens Weißflug, das nenne ich mal eine Punktlandung! Werden wir wissen, wer seine erste Henne von den vier Aufsteigern mit nach Hause nehmen wird. Im Hintergrund wird der Name auf einen Zettel geschrieben. Dieser wird in einen Umschlag gesteckt und mir jetzt jeden Moment hier auf dieser Bühne gereicht. Ein spannender Moment für alle, aber sicherlich auch genauso für die Paten. von Dieter Thomas Heck. Ja, guck mal hier. Ein Riesenapplaus für unsere Hostess. Keine Kante schön gehen wie Sie. Dankeschön. So, meine Damen und Herren. Aufsteiger des Jahres ist Wolfgang Stumpf, ne, entschuldig, der ist mir doch nicht gegangen. Franziska Preuß! Herzlichen Glückwunsch auch allen anderen Aufsteigern! Dankeschön. Darf ich dir die Henne überreichen, die goldene? Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Applaus Bitteschön. Ja, wow, ich bin sprachlos. Ja, in den Biathlonstadien sind ja immer viele Leute, aber da kriegt man das immer gar nicht so mit. Jetzt, wenn man von so vielen Leuten so einen tollen Preis überreicht bekommt, ist dann doch nochmal was anderes. Das freut mich wahnsinnig. Danke an alle, die für mich angerufen haben. Ja, das ist echt krass. Ja, ich danke an alle, die angerufen haben, an meine Familie, an das ganze Biathlon-Team, die gerade im Bayerischen Wald sind. Schöne Grüße dahin und morgen viel Glück. Und ja, danke. Applaus Danke und herzlichen Glückwunsch Franziska Preuß und alles, alles Gute für die Zukunft. Und Michael und Torgel natürlich auch. Und Vanessa, ich bin mir sicher, wir sehen uns noch ganz häufig wieder. Haben Sie alles gerade verstanden? Meine Damen und Herren, Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin jetsam, ich bin schon mal. Aber ich bin sicher.